Der DAX hat tatsächlich nach unten korrigiert, aber es sieht nicht so aus, als ob die Pessimisten zufrieden seien. Hallo Joachim, beim DAX lässt sich ja nun schon seit einigen oder seit einer Woche eine Trendwende erkennen. Das heißt, die Profis positionieren sich nun auch politisch und bärisch. Was denkst du denn dazu? Ja, in der Tat Isabella, es sieht so aus. Von Trendwende wollen wir jetzt noch nicht sprechen. Das wäre vielleicht etwas verfrüht. Wir sind hier immer noch im Korrekturbereich, aber du hast ganz richtig gesagt, dass wir hier Bullen und Bären erhöht sehen. Das heißt also, der Börse Frankfurt Sendmeindex, der ist tatsächlich ein bisschen gestiegen. Drei Punkte im Wochenvergleich. Der Blick auf die Grafik zeigt das. Und der neue Stand, der ist also hier minus 26. Wir haben hier Bullen gesehen, die angewachsen sind. Im Bärenlager ist was dazugekommen. Leider asymmetrisch. Das Lager der zeitwärtsorientierten Marktteilnehmer ist um sieben Prozentpunkte immerhin geschrumpft. Und das ist eine ganze Menge. Wenn man bedenkt, dass wir ja doch jede Menge Ereignisrisiken noch vor uns haben. Heute die Inflationszahlen aus den USA, dann morgen die Sitzung der Europäischen Zentralbank beispielsweise. Also bei den Bullen fünf Prozentpunkte mehr, bei den Bären zwei Prozentpunkte mehr. Die Polarisierung ist gestiegen. Also unterm Strich eigentlich doch nicht eine so große Veränderung. Aber die Positionierung sind eben nicht zurückgegangen. Und bei den privaten Investoren hatte sich ja jetzt, die hatten sich ja die letzten Wochen eigentlich optimistischer gezeigt. Und jetzt seit längerem sind sie mal wieder short gegangen. Was sagst du denn dazu? Das ist in der Tat so. In diesem Panel hat es eine deutliche Verschiebung gegeben. Unser Börse Frankfurt Sentiment Index erfällt um zehn Punkte. Das ist recht ordentlich und zwar auf einen neuen Stand von minus zwei. Das sieht man auch ganz schön auf der Grafik. Was ist hier passiert? Es sind interessanterweise diejenigen Privatanleger, die über Social Media befragen. Es sind diejenigen, die hier ihre Meinung geändert haben, deutlich geändert haben. Das hat sich dann natürlich auch insgesamt ausgewirkt. Also hier doch mehr Zurückhaltung als in den vergangenen Wochen. Und man ist hier also jetzt auch etwas mehr auf, man hat etwas mehr aufgeschlossen zu den institutionellen Investoren. Und zum Abschluss, was denkst du, wie wird es wohl die nächsten Tage weitergehen? Nun gut, wir haben natürlich uns die Fragen gestellt, warum kommt hier niemand und nimmt Gewinne mit als Pessimist, als Bär, als Börsenbär? Ja, die Gewinne werden nicht mitgenommen aus einem Grund offensichtlich. Man könnte natürlich sagen, die Gewinne seien nicht groß genug gewesen. Aber wir haben seit dem Allzeithoch zu Beginn des Quartals, haben wir einen Kursrückgang von rund 2,7 Prozent gehabt. Das ist etwa genauso viel wie der Kursrückgang, den wir auch am Jahresanfang beobachten konnten. Das war der größte bislang in diesem Jahr mit 2,8 Prozent. Da könnte man natürlich meinen, das müsste doch eigentlich ausreichen, um hier Gewinne mitzunehmen. Aber es gibt offensichtlich diese Gewinne gar nicht in diesem Ausmaß. Und wir beobachten natürlich schon jetzt seit langer Zeit, dass wir hier die Pessimisten in der Mehrheit haben. Das ist jetzt die 15. Befragung. Und nur eine dieser 15 Befragungen war letztlich mit einem positiven Börse-Franfurt-Sendemindex versehen gewesen. Das heißt also, wir haben Pessimisten gesehen und ich habe mir die Mühe mal gemacht und habe mal so über den Daumen den Einstandspreis berechnet. Da komme ich so etwa auf 18.000 Punkte. Das ist eine reine Vermutung. Ich nehme das im Prinzip aus den vergangenen Kursbewegungen, den Positionsveränderungen, was ich hier berechnet habe. Und bei 18.000, denke ich, ist auch das Niveau, wo wir mit erster stärkerer Nachfrage rechnen können. Das heißt also, wir müssen hier noch ein Stückchen runtergehen. Aber der Weg nach unten, der ist ja zäh, muss man auch sagen. Ja, wir haben am vergangenen Freitag mal eine stärkere Bewegung nach unten gesehen. Da hat man gedacht, oh, jetzt kommt was und da kam wieder nichts. Da kommt wieder eine Erholung. Also es geht ganz, ganz langsam nach unten. Und deswegen haben wir auch keine große Veränderung. Sentimentechnisch bleibt es also für den DAX nach wie vor günstig. Da hat sich also so gut wie nichts verändert. Wenn wir noch auf die relative Befragung, also auf die relative Sentimenterhebung, auf die relativen Zahlen gucken, da stellen wir eins fest, dass die Privatanleger und die institutionellen Investoren auf Sicht von drei Monaten, die sind etwa gleich pessimistisch, aber jetzt nicht besonders stark pessimistisch. Aber wir können hier im unteren Bereich, wenn es da sich um den DAX runtergehen sollte, tatsächlich würden wir hier Nachfrage bekommen. Ob die dann ausreicht, das sei mal dahingestellt. Dann vielen Dank für die Analyse, Joachim. Und dann sind wir mal gespannt, was die nächsten Wochen so passiert. Gerne. Wergen. Wie! Vielen Dank.